Ich bin hier in Mainz beim Kinderfest von Schlaumäuse. Schlaumäuse, eine Sprach-Lernsoftware von Microsoft für Kindergärten, für Vorschulen. Und die feiern hier heute groß. Und was wir genau machen, das schauen wir uns jetzt mal an. So, bei mir ist jetzt Dorothee Belz, die Vice President Microsoft Europe. Und wir sind hier zusammen in Mainz und machen hier das Kinderfest mit den Schlaumäusen. Was ist Schlaumäuse genau? Schlaumäuse ist eine Lernsoftware, die wir entwickelt haben, um Kindern im Vorschulalter und im Kindergarten die Sprachentwicklung zu fördern. Schlaumäuse gibt es ja nicht erst seit gestern. Wie lange gibt es Schlaumäuse von Microsoft? Sie waren heute hier und haben das 10-Jährige feiert. Unglaublich. Haben jetzt auch schon die dritte, weitentwickelte Version in das Programm gebracht. Man kann das als App sozusagen online runterladen, aber auch nicht online per CD auf die Computer spielen. Und vielleicht noch eine Frage, wie viele Kindergärten, Kitas, Vorschulen in Deutschland sind ausgestattet ungefähr mit Schlaumäuse-Software? Also wir haben jetzt über 8.500 und hoffen natürlich mit unserer Initiative jetzt möglichst über die 10.000 bis hin zu den 15.000 zu kommen. Ja, das fände ich toll. Schlau, 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 schlau. Schlau, schlau, schlau. Vielen Dank.